Dann schauen wir mal rein in ein Game namens Insomnia Theater in the Head. Das ist nach meinem Verständnis ein eher ein kürzeres und auch gar nicht mal so übertrieben gruseliges Horrorgame. Aber ein künstlerisch wertvolles. Ich weiß, es hat Ditto mal sehr angepriesen, das Spiel. Und deswegen schauen wir jetzt da einfach mal rein. Warum soll er eigentlich hier unten ab? Da so, da ist immer gut. Es lädt noch. Nach Alan Wake 2 brauche ich auf jeden Fall jetzt so einen Palette Cleanser. Das ist was. Irgendein Spiel, das ich verstehe. Wo ich weiß, was vor sich geht. Ich hoffe, es ist so eins. Perfect Day Studio presents Use Headphones for best experience. Oh ja, völlig. Das Game spricht mich schon gerade auf einem anderen Level an. Ich mag sie. Verschlafen, aufstehen, irgendwie auf die Arbeit kommen. Zähneputzen, irgendwie auf die Arbeit kommen, arbeiten, nach Hause, zocken. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Ich meine, das Game heißt Insomnia. Schlaflosigkeit. Schläft sie wirklich? Yeah. Schon mal künstlerisch. Sehr wertvolles Intro. Können wir vielleicht... Wenn schon Fullscreen, dann auch so... Äh... Okay. Bisschen doch sehr laut. Was ist da ein bisschen lauter? Julio, hello. Ja. Horrors, ne? Ich weiß noch nicht, wie horrorlastig das Game wirklich ist. Ist das immer noch laut? Ich muss schon so machen. Dann machen wir einfach so. Oder, warte. Jetzt hört's auf, wenn ich aus dem Game rausklicke. Mach mal so. New Game. Hi. Hi, hi. Hi, 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 hi. Hello. Listen. Hey, listen. Again. I'm here. Here, 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 here. It's time to sleep now. Hast du so ein Brain Goblin? Hast du auch einen Brain Goblin? 11 o'clock? Too early. I'm exhausted. I'm excited. I have to go to work tomorrow. Just take a day off. It's not that easy. No more nights like that. I must get a good sleep today. All right. Good luck. Ihr Brain Goblin macht ungefähr das gleiche, was meiner macht, wenn ich nicht todmüde ins Bett gehe. How am I supposed to sleep, if you are here, like this? I knew it. I've got a whole bunch of new ideas to show you. Wait a minute. I'll set the stage for you. What? No, please. Wait. Not again. Yeah. Brain Goblin. Prologue. Roll on the show. Ja, ein typisches 3 Uhr morgens Kopfgehämmere. Find ich gut. Nee, ist auf jeden Fall. Cut. Uh-huh. Cut. Just a few words. Definitely more than a few. I'll put a light bulb here. If you need a hand, click on this light bulb. Oh. Shine the light bulb around. So. I'll give you some helpful tips. If you really want to be helpful, just let me sleep. All right. Let's go on. Müssen wir sie abhalten davon? Oh, das ist okay. Müssen wir sie abhalten davon jetzt, Randale zu machen? Vielleicht müssen wir uns am Anfang einmal helfen lassen. Accept the chain and stage accident. Nothing can stop me. Wir müssen jetzt zum Schlafen verhelfen quasi. Nehmen wir Brain Goblin ausschalten. Vielleicht unter Punkt, wo man sein ganzes Leben überdenkt. Und ab morgen mache ich alles anders. Das ist einfach final stage. Ah, finally. Still here. We got a lot more. You wanna have a look? Punkt. Everything is quiet at night. Yeah. Everything except me. I'm still awake. Alan Wake. Sorry. Tick tock. Time flies. Oh no. It's already 12.30. Listen. The clock's ticking like a metronome. No. Come on. Listen. Little creatures are outside the window. I said no. Dog's barking. Cat's meowing. Frog's singing. Bird's chirping. Stop rhyming. Stop it. Listen. The sounds are getting closer. I can hear seedlings breaking through the soil. Stop it. I'm getting noisier and noisier. How beautiful. The tune of time. No. I can't hear it. I can't hear it. I hear nothing. Deswegen hab ich so. Act one. A tune of time. Deswegen hab ich so ein. Entspannende Regenwaldgeräusche nachts neben mir laufen. Die übertönen. Die Betrunkenen, die vor meiner Haustür durch die Gegend fallen. Die Tauben, die eskalieren da draußen. Ähm. Das macht's jetzt nicht besser unbedingt. Das macht's alles gar nicht besser irgendwie. Frosch. 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 I think you. You think sheep counting helps? Weiß nicht. Hilft es? Hilft es nirgender Form? Helfen wir? Ich will jetzt nicht, aber ich... Oh. Mikrofon. Mikrofon kraxelte. Ich glaub, wir haben es schlimmer gemacht. Wie fangen wir diesen Vogel da ein? Habe ich der Katze draus gemacht? Das macht's alles nicht besser irgendwie. Ich mag, wie die Katze da oben rum rennt. Das war schon ein halbes Wimmelbildspiel. Wo ich schon nicht genau weiß, was das Game von mir will. Und ich könnte nachgucken, aber ich mach's jetzt bewusst mal nicht. Ich glaub, drag and drop ist keine Option. Können wir nur irgendwas anklicken? Ich hab irgendwas gemacht. Es hat geholfen. Gut. Du bist... Du bist... Fuck, was war der Ton nochmal? Das war der... Nee, das ist ein Halbton höher. Was ist das für ein Ton? Jedes Tier repräsentiert einen Ton. Ist immer das. Oh, Katze wär's gewesen. Okay. Frosch, Frosch, Hund. Frosch, Frosch, Hund. We will, we will rock you. Frosch, Hund, Vogel. Katze. Katze. Äh, Hund. Sauschen. Geh ich Vielleicht nehme ich alles zurück Vielleicht ist es kein Horror Game Vielleicht ist es eher so Random Weird Game Da ich mich halt immer sehr Bedeckt halte Mit was für ein Spiel das eigentlich ist Was wir spielen Kann das auch manchmal sein Dass ich mich in dem Genre halt komplett vergreife Aber gut Ja der Horror wie relatable es ist Was auch wieder richtig Is the music familiar to you? A lullaby I think Isn't Isn't it a Burcuse? What is a Burcuse? Or a cradle song? Oh Nevermind It's already midnight Just cut it out Okay okay Recently A lot has been going on Yeah I mean those news online Yeah I know Don't you think The girl managed to get back to normal? Do you think the girl Do you think the girl managed to get back to normal? And do rumor mongers Have they Have they paid their price? And that thing That happened afterwards Do you think People are doing well? What do the newly minted words mean? And And what do the acronyms represent? Those stories Are they true? And Does it even matter? Hey now Come Are you swiping the screen? Gehst du von Tinder runter? Room Among Us Wait Kein Kein Amogus Nicht um Halb Einen Nachts Amogus spielen Auf mein Telefon If I burn myself out Perhaps I fall asleep At last Oh really? What what? It's Brahms Lullaby Who? A German Composer Of the Mid-Romantic Period Romantic Period Let me Let me Take a look Okay Es ist der Punkt Wo man das Schlafen Aufgegeben hat Und ein bisschen Auf dem Handy rumklickt Act 2 The never wrecking news Oh no Guck wenigstens YouTube Dabei kannst du einschlafen Das Problem ist offensichtlich Schleckt auf dem Rücken So kann auch keiner einschlafen Ich schlafe auch meistens Auf dem Rücken Oder auf der Seite Ah Guter Anfang Papier Was hast du Fuckin Virus Oder was Ja Was ab Willst du mich verarschen Ich hab grad ne Werbung Zu Schlafpillen Angucken müssen Was ist mit dir Ja Wach No Ha Yeah Und eine Bildschirmhelligkeit Kannst du auch mich runterstellen Glaub ich Und noch nicht noch mehr Oh traurige Schafe Nee Nicht traurig sein Mütende Schafe Auch nicht gut Ich wollte nicht Aufs Schaf klicken eigentlich Da draußen auch noch was Ne Das Fenster Da kriegst du auch nicht Irgendwie auf Okay Was als nächstes Ne Auf Wir müssen damit Irgendwas machen Aber es ist alles einmal Liken Wahrscheinlich Damit der Algorithmus Happy ist Alles einmal liken So Und dann können wir Oh Yeah Very good Jetzt haben wir noch Welche Nachrichten da draußen Wahrscheinlich Ne Wie kriegen wir die weg Oder der Fernseher Mach ich auch noch Dinge Ah Oh Oh nee Wir kriegen Spam Überall Spam Ein paar davon haben wir weggemacht Wir werden die restlichen jetzt sichtbar Gar nicht irgendwie Ah Je nachdem welchen Kanal man auf dem Fernseher anhat Wären verschiedene interagierbar Pflaster Ja So Tipp von mir Nacht sich irgendwelche News Oder so angucken Meistens Meistens Ganz scheiße Idee Guck YouTube Da schläfst du ein Bloß nicht Ich verliere mich Dann plötzlich Zufällig in ein Stunden Videos von irgendwelchen Riesenprojekten In Minecraft Oder Two Crime Fällen Ich guck meistens Irgendwelche So relativ Ereignislose Let's Plays Bis ich merke Okay ich bin einigermaßen müde Und dann mache ich irgendwann So Regenwaldgeräusche An Es geht erschreckend gut meistens Make mich angry Drop it too What about Your new Your new creations Liked by anyone I I I Don't mind I'm doing it for myself And why did you Keep refreshing Perhaps I'm still hoping That I Could get an Out of someone Well You have mine You are not Someone 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 Why do you even Care about someone Because all the time I You have always been Living in the You have always been Living in the Expectation of others I have been scared Of letting people down But You are Scared of Losing yourself Too I'm scared of Losing myself Oh cool Yeah Das war Nicht sehr hilfreich Glaub ich Warum ist das so akkurat Dieses Spiel Muss man gerade mich Einmal auf die Seite Packen Sonst Verdecke ich doch Das halbe Gameplay quasi Ganz kurz Wo ist es denn Da Good Stop Scharf Please Dieser fucking Blumentopf Scharf's ne Scharf Stop Es ist 2 Uhr morgens Chill Es ist halb 3 Aber Du 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 Sanduhr Ich schwöre zu Gott Werde Sanduhr zu Hause Außer ganz viele Menschen Gebrochenes Herz Weck dem Alkohol Rein dem Nein Nein Ja Was Hast du die Zeit vergessen Und jetzt Und jetzt Like going back To the beginning Remember your first day At school Hörengoblin So Ja What about that time What about that time in high school The teacher said Your head scratching The teacher said Your head scratching Was good Except that it was a little Too narrow Sketching Sketching Nicht scratching Nicht am Kopf kratzen Kopf zeichnen The teacher said Your head sketching Was good Except that It was a little Too narrow Then I had a brain fart And tried to Widen it So You held Both ends Of the paper And pulled hard And then Zap The paper was Torn in half And everybody In the class Turned their heads Toward me They were all Confused And thought You were mad I was at a loss And didn't know How to explain It's okay It's in the past At least You're doing fine now Aren't you? The day before yesterday The video I played During the presentation Suddenly Went Went Mute Everyone was sitting around Waiting for me to fix it But I only managed To get A screeching sound At the end Scratching sound Yeah It's not scratching The scratching sound In the end Um People will forget That in a few years I guess Minutes In a few minutes Days Maybe Uh What if I Had prepared Better They wouldn't have Looked like That Would they Maybe What if I hadn't Tried to get The But why If I Hadn't Tried to get To the Bottom Eight years Ago Would we Have had Would we Have had A decent Breakup Perhaps What if I had Instead Wait What if I had Insisted Twelve years Ago Would I Have been Living a Different Life Alright No more What ifs Yes Is Braingoblin Schon derjenige Der uns Zurck hält Alright No more What ifs It's not like You can Crawl back Into Mom's Belly Oh Oh Können wir nicht drüber träumen Wie wir zurück in Mutters Belly Reinkrabbeln Wenn wir Es zu Freud Isch Glaube ich Warum hast du eine Root Goldberg Maschine Oder was So ein bisschen Open up The window Und weg damit Bye Oh Wait Das war nichts In der Sache Schublade Auf Wie sie mich Ausgelacht Haben Wait Soll ich auf den Boden fallen Was ist mein Ziel Let's explain Flöte 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 Oh Das ist so ein Temporär Das da Okay Warte Ach komm Was spielst du denn Von mir So So Alles anklicken Was ich nicht Wärts Sollten wir das Ding Nicht gießen Damit das wachsen kann Nee Nee Hm 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 Das kann ich noch anklicken Hm 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 Oh Das ist ein ganz komischer Keramiktassenklapper Effekt Der So soundtechnisch An einem ganz seltsamen Ort ist Wissen wir Dass so Geräusche nachdem Wie die gepäkelt sind So in dem Raum An verschiedenen Stellen Zu hören sind Hört mal auf dieses Geklappere von dem Ding Nicht das Tropfe Das Geklappere Krick Es ist nur ganz schwer zu hören Aber es ist irgendwie Es fühlt an als wäre es Hinter meinem Schrank Irgendwo Es ist Nicht so wichtig Es ist auch nicht so Nicht so wichtig Unbedingt Okay das Ding rollt Da drauf Da drauf Da rüber Und fällt dann auf den Boden Muss ich vielleicht Damit auffangen Das wäre ein bisschen wild Probier ich mal Willkommen im Zug Der auch Einen Rolltrepper hat Aber wir träumen schon Oder Ah ja Kann ich ganz folgen Was jetzt Die logische Schlussfolgerung Vom letzten Level Bis zu dem Er jetzt ist Aber hey Aber darum ist der Ball Ja die ist die Ball Yeah Die blue screen The computer Oh Oh ich hab mich aufgepasst Okay Warte Reiner mit dir Yay Warum kommt jetzt da raus Hallo das unrealistisch Der bleibt auch Eine Zeit lang unten Und dann wird es da runterrollen Und dann wieder auf dem Boden sein Auch Ne der Fahrstuhl ist jetzt auch Ah Ah ja Ah ja Ah ja Ne Nicht ganz von vorne Oder Ach komm Ey Okay Ich weiß grob was zu tun ist So Hast du das den gleichen Mund Aus welchen Gründen auch immer Traumlogik So und jetzt Cool Hölle Paradies Das repräsentiert das Baldrian Das sie haltest nehmen sollen Vorher Gut The little ball Has been through a lot But still If I can start all over again Probably nothing would be different All right After all I was moving out soon You could squeeze yourself Into the cardboard castle Yeah Yeah I was like my secret den Exactly And there was the dog Whom you grew up with We went 14 years together From my childhood To my adolescence All right And the splendor thing You've done In your teenage days Oh I was just being Ignorant and sentimental That's so embarrassing Those memories Are full of sweetness And happiness Yes Except Besides happiness There seemed to be Something Else Act 5 The minst memories My Oh Oh no Herzlichen Glückwunsch Sie haben ihre Kopfhörer Ihre Kette Ihre Ihren Schlüsselbund Und Ihre Nabelschnur Einfach Drei Wochen lang In der Hosentasche gehabt Viel Spaß damit Your Walkmates Nein Oh Oh Es muss von da anfangen Quasi Ähm Okay Es hab so wild Ist falsch Ist auch falsch Ist auch falsch Ist auch falsch Passt Vielleicht Unter Umständen Ne Das da Dann brauche ich So eine Schwungel Darum Haben wir einen Schwungel Irgendwo Das passt ja auch nicht Ne Ist anders da Ist das da Ne Das macht keinen Sinn Oh warte Da ist ja der Schwungel Und dann Macht es auch keinen Sinn Das ist da Irgendwie Vielleicht war das doch richtig Das da Ne war es nicht Hä Ah so Das passt Jetzt müssen wir noch Ähm Okay Okay Anscheinend Kette Ähm Oh das ist Bienen Es schickt Das jedes Rätsel Jeder Raum Jede Nacht Jede Szene Nicht jede Nacht Ist ja eine Nacht Quasi Jede Szene So ein bisschen anders Oder eigentlich komplett anders Es so die Definition eines Casual Games Was ich mir eigentlich auch zu selten gönne Mal sowas entspannteres zu spielen Jetzt aber Snack Ich wusste es Dass er musste Früher oder später kommen Oder Sliding Puzzle Oh Ja fuck Das war schon fast richtig Oder Aber es ist ein Vereinfachtes Sliding Puzzle Das stimmt auch nicht Ähm Da muss ein anderes Da muss Das da rein Ähm Wie geht das Gar nicht eigentlich Ich hasse alles daran Wie wechsle ich Die Position von zwei Dingen in einem Sliding Puzzle Help 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 Fast Bin ich auch keinen Schritt weiter Sehr gute Einschlafmucke Auch wenn in mir gerade Panikattacken sich auslösen Solange ihr Spaß habt Das ist auch die Hauptsache Warum? Ich verstehe diese Art von Puzzle einfach nicht Hören ist nicht kompatibel mit Sliding Puzzles Wobei schon sau viel stimmt Aber es hilft halt nix Wenn nur viel stimmt Du müsst eigentlich ganz da oben sein Wahrscheinlich Ich weiß nicht ne Ich weiß nicht ne dann können wir zwei moving the pieces if if that doesn't work back to the head and try auch ich kann auf anfang setzen okay pass auf dann ist es sicher ganz einfach irgendwie einfach resetten und glück haben nice gg dankeschön hat hier drehen irgendwie ich muss da bisschen aufräumen glaube ich mal so das macht keinen sinn ich brauche so eine welle so oder sowas als da mag ich da habe ich viel freiraum gibt mir freiraum meine probleme zu lösen okay das klingt das vielleicht gerade bei meiner partner therapie oder so guck schatz ich brauche einfach freiraum meine probleme selbstständig zu lösen ist da wohl ich so nicht alles gesagt aber das kommt dahin was auf weil das ist eine ecke falsch ist falsch ist einfach schlichtweg falsch aber das könnte einpassen ganz nicht das kann einpassen das macht sinn okay ja ist sie fertig freiraum klingt gut was frei freiraum re nicht so frei freiraum re explain schatz du hörst mir zwar so aber du verstehst nicht was ich sage was du musst mir zuhören wo ich das da so muss das ein bild von dem von dem regenmantel das klassische freiraum re jemand kennt no sie haben nicht ihr ganzes leben mir gewidmet sad face no im imo aber hund ist immer da die golden regel doggo ist immer da exakt v wow except wenn er halt stirbt rest und rip doggo neuer doggo partner partner hat flugticket bestellt flugzeugunfall sadness wirklich jetzt ja oder wir trinken einfach das löst probleme auch und 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 it seems that not all memories used to be sorted out i have left them in the past i've I'm fine now Really? You don't look fine to me Ja, vielleicht, weil wir seit acht Wochen nicht mehr schlafen Du Hörn-Goblin, ey It's just watery eyes from yarning Who cares about things that happened such a long time ago But I thought they were my best friends Some misunderstandings are just beyond explanation I thought I could hold it forever Some farewells are meant to be eternal Ich hab die Stimmen gerade vertauscht I thought see you later meant I would see them again Some changes are hard to predict I'm fine now, really Das ist immer ein gutes Zeichen Dafür wenn man um fünf Uhr morgens über Dinge nachdenkt Ist ein Zeichen dafür, dass alles gut ist Yep It's a shame to bring them up again in the middle of the night Don't repress them You can't hide the emotions to yourself Plus It's only me And no one else Plus it's only me And no one else Yes Only Me Was heißt das only me The emerging emotions Oh no Yeah, alle Emotionen Einmal um Fünf Uhr morgens Wellen Leiter Tür Scharf Versuchen die Emotionen Irgendwohin Weiter zu leiten Ins Kissen Gut In den Bilderrahmen Okay Okay Das ist gut, oder? Oh, wir müssen den Fisch leiten Ins Aquarium Ins Kissen Yeah Ins Aquarium Noch mehr? Oh Oh Lass den Emotionen freien Lauf, schätze ich mal Drennen? Tränen? Komm, lass es raus Wenn es muss Ne? Ist das wohl hübsch Der Hintergrund Fisch? Okay Alle Emotionen Aber durchgekaut Lass mal pullern gehen Nach der Aktion Du hast doch Schlauftabletten Jetzt schon vor einer Stunde Nehmen können Komm Wasser hinterher Oh Oh Does that work? Some people say it works But some report side effects And some even say If you don't fall asleep in 20 minutes You will be sleepless for the rest of the night Even this is uncertain Maybe it's These uncertainties That are preventing me from falling asleep You are very busy during the night Pondering over the past While worrying about the future Actually, I think I'm busier during the day So busy that I don't have time to think It's like you're being pushed forward Not knowing where to go It's like I'm being pushed forward Not knowing where I really want to Go Akt 7 Ich konnte es nicht lesen Ich war wieder zu sehr Abgelenkt Ich glaube, das ist dieser eine Sehr Bekannte Song Der oftmals auch in Videospielen vorkommt Der auch genau dieselbe Chord-Folge hat Und auch eine sehr ähnliche Melodie Oder auch in vielen Filmen vorkommt Ne, jetzt ist sowas ganz anderes Ne, wo meinst Äh, was haben wir jetzt? Alles weg Komm, alles weg damit Scharf It's not real Fake scharf Alles ist fake Alles ist fake Oh, ich kann die bewegen, die Sachen Weg damit Alles aus dem Kopf Was ist das Fenster? Das kann hier bleiben Komm, die Augen weg Oh Oh Warte mal Das macht's nicht besser Amogus-Couch Weiß ja nicht Ne, Moment Keine Amogus-Couch Mimimi 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 Äh, nur ein bisschen Ich hab die Melodie jetzt auch nicht so tausendprozentig im Kopf Mimimi Ja, passt doch grob Mimimi Oh Oh Hübsch Ich mag das Was wenn du einem Künstler so Kinderstifte in die Hand gibst, kommt sowas bei rum Okay, bye Mimimi Mi, 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 mi. Le Monde. Ich will den Mond nicht wegmachen. Ich mag den Mond. Drei. Oh, ist es da? Gefilmt? Das ist gar nicht. Oh. Ja, das da sind echte Fotos von, ähm, so, äh, nicht Leben, was ist denn das? Äh, sowas halt. Ah. Timing? Fast. Ja, gut genug, oder? Close enough. Ne? Hey. Ja, das passt. Uh, saucool gemacht's. Wir sind das Kunstwerk, tatsächlich. Es fühlt sich ein bisschen anders. I start to help setting up the stage. You start to accept me? Uh, like I have any other options. The more I push you away, the more excited you become. Joining you seems to be the easiest way out. Don't you want to check the time? Don't you want to check the time? They're just numbers. Don't you worry about getting up early tomorrow? It's already today. What about getting a good sleep? Since I can't control anyway, it's just, I just lie flat. But then you would have insomnia. I'm having insomnia. But since we are already here, it would be nice to leave something behind. So, shall we go on? You know what? I've got a lot of new ideas. Let me show you. Okay, okay. So, the show goes on. The show must go on. Yeah, let's go on. Stage 7, Acceptance. The show goes on. Acht sind wir schon. The show must go on. Yeah, yeah. Musik? Nee. Scrollen? Nee. Alles so ein bisschen. Alles so ein bisschen. Aber was passt zusammen? Äh, Schaf und Schaf. Fisch und Bälle-Paradies? Nee. Äh, Ball und Bälle-Paradies. Äh, Fisch und du, oder? Ja. Note und Musik. Und die anscheinend, weil... Feuerwerk. Tsch, tsch. Au. Uh, hübsch. Das ist sehr hübsch. Das ist nicht hübsch. Nee, weg damit. Hey, cool. Nochmal. Ach so. Ich muss gedrückt halten. Ich dachte immer, wenn ich note bewegt, kommt neuer Ton. Ich dachte, ich wäre voll im Timing gewesen von dem Song. Von wegen. Oh, die Wände. Sie verschmelzen. Wir erkennen, dass wir unser Brain Goblin sind. Dass unser Brain Goblin wir sind. Was heißt, dass keine externe Macht über uns verfügt. Und uns vorschreibt, was wir zu denken haben. Sondern nur wir selbst. Ja, schreib. Oder mach ein Video-Spiel aus dieser Erfahrung. Do it. Oh, können wir jetzt. Oh, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ja, auf jeden Fall. Wir nehmen Seaballs. Ja. Doritos. Gerne. Ich würde es gerne drehen, irgendwie. Aber das ist, glaube ich, keine Option. Nochmal so. Kann ich jetzt auch nochmal bewegen? Kann ich. So. Oh. Und wir können bestimmen, was oben drauf ist, quasi. Nehmen, dass wir als letztes berühren. Und dann. So. Damit sich nichts zu viel überlagert. So. Und dann noch. Uh. Da hatte ich keinen ganzen Hintergrund eigentlich. Aber das ist jetzt zu spät. Wahrscheinlich. It's too late now. It's too late to apologize. Ne, ist es nicht. Pass auf. Wir können es auch drehen. Wir können es drehen. Ich raste aus. Oh, shit. Ähm. Gut. Ich wollte eigentlich nichts davon drehen. Aber dafür ist es auch zu spät, glaube ich, oder? Ne. So. So. So irgendwie. Yes. Das ist Kunst, oder? Ich mag das. Bei der ist gut. Na, Nase popeln noch ein bisschen. Ah. Und hei. Ah. Okay, bye. Bye, Brain Goblin. War schön mit dir. Und jetzt klingelt das Telefon. Jetzt klingelt er weg, aber sauf. Bälle, Bälle, Bälle. Bälle, 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 Bälle. Das wird nicht gut enden. Sehr cool, sehr cooles Game. Das war eigentlich ein sehr guter, cozy Abschluss zum Stream. Thanks to all who have supported and helped us. Thanks for playing Insomnia. No, thank you for making such a great game. Good night, sleep tight. See you next Insomnia time. Oh no. Mach's nicht kaputt. Das war so gut. Chef, ich komm heute nicht, ich hab keinen Bock mehr. Yay. Oh, ist das hier? Oh, ich hab mein Bild, hat er lokal auf dem Rechner gespeichert. Das ist ja cute. Resumably. Quits. Options. Quit game. Das war sehr cool. Ich mochte das. Großer Fan. Ähm. Ich bin auf das Spiel gestoßen, weil das Ditto mal empfohlen hat. Danke an Ditto. Ihr, das mein, das war ein Kunstwerk. Gefällt's euch? Ich find's scheiße. Ist das Kunst oder kannst du weg? Gut. Hatten wir doch einen schönen Abschluss zum heutigen zum heutigen Stream. Sieht aus wie abstrakte Kunst. Ich glaub, es kann weg. Bist'n jetzt so, ey. Julio weiß das zu schätzen. Na? Dankeschön. Ich würd's auch an meinen Kühlschrank hängen. Irgendwann, wo man's nicht sieht. Schon ein bisschen fies irgendwie. Muss ich sagen. Ich hab' mir voll Mühe gegeben damit. Gott. Das, äh, cute Worn-Delete-Leder. Oh. Oh.